Ich habe Bilder bekommen von Steffi Hehn und die fand ich sehr schön und sehr berührend und die haben schon ihren Zweck getan, weil man ganz viel darüber nachgedacht hat, über verschiedene Werte, was sind denn so Werte, die in unserer Gesellschaft fehlen und das schon sehr zum Nachdenken angekriegt. Ich glaube, dass ich in meinem Leben sehr lange immer sehr festgehalten habe und immer viel kontrollieren wollte und ich denke, dass das auf Dauer die Quelle allen Leidens war, der Dinge, die nicht geklappt haben. Ich glaube, dass Hingabe eine ganz wichtige Fähigkeit ist, die man mit den Jahren wahrscheinlich erst erlernt. Also auch gerade im Zusammensein mit anderen Menschen ist Hingabe auch wichtig in der Partnerschaft, aber auch in der Zusammenarbeit, dass man nicht darauf besteht, immer Recht zu behalten oder zu kontrollieren, Diktator zu sein oder was auch immer, sondern dass man sich auch mal einer Idee hingeben kann, unterordnen kann, dass man einfach Ja sagt, auch wenn man vielleicht Fragen oder Zweifel hat. Wahrscheinlich kein cooler Wert heutzutage, aber ein wichtiger.